Ich habe neulich eine Meldung gelesen, wonach ein Psychiater gesagt haben soll, dass es unmöglich ist, von einem Tinnitus aufzuwachen oder geweckt zu werden. Er kann nicht klingeln oder rauschen, weil er nicht da ist. Wobei es nicht ganz klar wurde für mich aus der Meldung, ob der Psychiater jetzt meint, dass er nur nachts nicht da ist oder ob er allgemein überhaupt nicht da ist, also sprich Einbildung. Die große Frage ist also, kann man durch einen Tinnitus geweckt werden? Darum geht es in diesem Video. Also ich lehne mich jetzt mal so richtig aus dem Fenster. Ein Tinnitus ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr da. Der geht nicht weg, wenn man schläft. So eine Äußerung kann nur von jemandem kommen, der keine Ahnung hat, worum es geht. Ehrliche Meinung, sofort den Arztwechsel. Von den Kommentaren, die sich unter dieser Meldung befanden, möchte ich eine zitieren. Daniel, du weißt Bescheid. Wenn du dich verletzt, ist der Schmerz dann auch über Nacht weg und kommt erst am nächsten Morgen wieder. Ich finde, das ist ein sehr guter Kommentar und spiegelt auch meine Meinung komplett wider. Wenn ich schlafe, höre ich meinen Tinnitus nicht. Dagegen gibt es jetzt erstmal nichts zu sagen. Wenn ich schlafe, höre ich ja auch nicht zwingend, wenn meine Katze auf dem Klo ist und im Katzensträuch scharrt oder ein Auto bei mir vom Fenster vorbeifährt. Der Unterschied besteht halt darin, dass das eine die Geräuschquellen von außen sind und das andere in mir selber, in meinem Kopf passiert. Jetzt von den Geräuschquellen, die von außen kommen, kann man sich ja ganz gut schützen, absichern. Also man macht die Türen zu, man schließt die Fenster, man macht sich vielleicht Stöpsel rein. Das funktioniert beim Tinnitus ja nicht. Da ist es ja eher so, Stöpsel rein, macht das Ganze noch direkter und Fenster zumachen oder irgendwie geht ja nicht. Hier kann es also, wenn überhaupt, nur um so einen Gewöhnungseffekt gehen. Das heißt, dass es vielleicht wirklich so ist, dass man im Laufe der Zeit, Wochen, Monate, Jahre sich so an den Tinnitus gewöhnt, dass man ihn dann tatsächlich nicht mehr so wahrnimmt. Er also ein bisschen in den Hintergrund gerät und man dann doch wieder schlafen kann. Dazu kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung gar nicht so viel sagen, weil ja bei mir, dreimal auf Holz geklopft glücklicherweise, der Tinnitus nach ein paar Monaten leiser geworden ist. Und das Rauschen, was ich mittlerweile jetzt noch habe, so leise ist, dass es mich nicht davon abhält, einzuschlafen. Ich habe allgemein allerdings, muss ich sagen, ein bisschen Schlafprobleme. Also ich schlafe lange nicht mehr so gut wie noch, bevor das mit meinem Tinnitus losging. Wobei das kann auch andere Gründe haben. Da gibt es ja dann Leute, die sagen, senile Bettflucht. Wenn man dann mal 60 ist, dann ist es auch völlig normal, dass man dann mal ab morgens fünf wach im Bett liegt und aufsteht. Also das einfach mal so nebenbei. Aber als es so richtig laut war, hatte ich da schon ziemlich damit zu tun. Ich kenne eine Person aus meinem Bekanntenkreis, die seit gut 30 Jahren einen sehr lauten Tinnitus hat und so, wie sie sagt, trotzdem gut im Sinne von lange schlafen kann. Und das, obwohl sie auch Stöpsel reinmacht, wodurch der ja noch direkter wird. Also für mich wäre das völlig undenkbar. Aber bei dieser Person ist es so, dass ihn die Außengeräusche eher irritieren als der Tinnitus, obwohl er echt laut ist. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich das ganze Thema jetzt in drei Phasen aufteilen. Erstmal das Einschlafen. Dann das Wiederaufwachen. Und das anschließend wieder einschlafen oder weiterschlafen können. Zum ersten Punkt. Das kenne ich aus der Zeit noch, wo mein Tinnitus brüllend laut war, wobei da alle drei Phasen eine Rolle gespielt haben. Das lief dann so ab, dass ich zunächst mal im Bett lag und erst mal ein paar Stunden gegen die Decke gestarrt habe, bevor ich dann irgendwie vielleicht mal weggedämmert bin, so für ein, zwei Stunden. Und dann wieder hellwach im Bett lag und wieder an die Decke gestarrt habe. Also konkret vom Zeit her lief das ungefähr so ab, ich bin um zehn zum Beispiel ins Bett gegangen, vielleicht so gegen eins dann mal so ein bisschen weggedämmert und ab halb drei wieder hellwach gewesen und dann ging nichts mehr. Das war dann so nebenbei erwähnt auch die Zeit, in der ich mir ernsthafte Gedanken darüber gemacht habe, wie lange ich mir den ganzen Film eigentlich antue. Aber das ist ein anderes Thema. Irgendwann so nach ein paar Wochen habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich doch einfach aufstehe. Das war eine sehr gute Entscheidung. Es ist viel besser aufzustehen, um sich dann eine Beschäftigung zu suchen, was natürlich auch eine Herausforderung stellt, als noch stundenlang grübelnd sich von einer Seite auf die andere Seite zu wälzen. Der positive Aspekt, wenn man das so nennen kann, bei der ganze Geschichte war, dass dann so nach ein paar Tagen oder ein paar solcher Nächte, sagen wir mal, die ja eher schlaflos waren, dann der Körper so müde war, dass er dann irgendwann, sagen wir mal, am vierten Tag sich den Schlaf geholt hat. Dann waren mal ein paar Stunden auf der Uhr, wobei ich das dann aber nicht unbedingt als erholsamen Schlaf bezeichnen würde. Jetzt möchte ich auf den zweiten Punkt mal speziell eingehen. Man wacht auf durch den Tinnitus. Nach meinem Rückfall aufgrund eines Konzertbesuchs habe ich einen neuen Ton bekommen, mit dem ich einen ganz speziellen Effekt hatte. Ich konnte mit diesem neuen Ton einigermaßen gut einschlafen. Ich kann aufgrund der Tatsache, dass es jetzt dann doch schon sechs Jahre her ist, nicht mehr so richtig nachvollziehen, woran das lag. Also ob da schon ein Gewöhnungseffekt da war oder ob der abends um zehn nicht mehr oder noch nicht so laut war. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen, also ich würde mal sagen vier bis sechs Wochen, bin ich jede Nacht, also ich konnte da die Uhr danach stellen, um vier Uhr aufgewacht. Und warum? Der Ton war dann viel lauter als beim Einschlafen und extrem scharf. Das Ganze hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Und dann wurde der Ton weicher. Ich lag dann so im Bett und so klar gegen die Decke gestarrt. Alter, was für ein Gedröhne im Schädel. Und habe dann festgestellt, okay, jetzt wird er weicher. Also ich kann, es ist für mich heute noch ein Phänomen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert oder funktioniert hat. Diese Schärfe ging langsam wieder weg. Er war wirklich nur in dieser Zeit so extrem scharf, von vier Uhr morgens bis vier Uhr 15. Und dann konnte ich weiterschlafen. Vielleicht nochmal so zwei Stunden. Aber ich wurde definitiv durch diesen Ton, beziehungsweise die Schärfe, die dieser Ton in der Zeit von abends zehn bis morgens vier bekommen hat, geweckt. Warum das immer zur gleichen Zeit passierte, ist echt ein Phänomen. Ich habe im Moment noch keine Erklärung dafür. Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee dazu. Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann hat sich auch im Laufe der Monate dieser Ton wieder verdünnisiert. Sprich, er ist weggegangen. Wobei ich an dieser Stelle auch mal erwähnen kann, dass das nicht so ganz stimmt, wenn ich sage, die Töne sind weg. Die sind irgendwie noch da. Und das merke ich ganz selten, sporadisch, so alle paar Wochen mal, meldet sich der eine oder andere Ton, indem er ganz leise auftaucht. Es sind meiner Meinung nach die Töne, die ich hatte, da ich zum Beispiel auch diese Polizeisirene, die ich ein paar Monate hatte, in Umrissen hier wieder höre. Ich habe noch keine Idee, wovon das abhängt, also wodurch das eventuell getriggert wird. Aber es ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, mich nicht in Sicherheit zu wiegen, von wegen alles wieder super, sondern dass da auf jeden Fall immer noch Gefahr ist. Also vorsichtig sein, weil ich ja auch seit ein paar Monaten wieder Konzerte gebe, also auf der Bühne stehe. Also auf gar keinen Fall leichtsinnig werden. Ich habe immer noch meinen Ohrschutz bei mir und sobald meine Umgebung, auch wieder Stichwort Bahnhöfe zum Beispiel oder so was in der Richtung oder Baustellen, wenn ich an Baustellen vorbeikomme, die sind alle am Baggern und die Presslufthammer, ich setze mir immer die Dinger ein. An dieser Stelle natürlich wieder der Hinweis, dass es sich bei diesem Video um keinen medizinischen Ratgeber handelt. Ich teile mit euch lediglich meine Erfahrungen und meine Gedanken dazu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt der Auf und Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.